Der Timer spielt auch schon rum. Ich will mich wohl verarschen. Ähm... VOLOG rufen, um Bericht zu erstatten. So, das jetzt... Achso, warte mal. Da ist aber viel gescannet jetzt hier. Ach, das war nur eine Raumstation. Ich dachte, das wäre auch eine Borg-Station. Oh... Fällt denen gar nichts anderes ein? Immer die Borg, die Borg, die Borg, die Borg. Das ist immer... Immer das Gleiche. Immer die Borg und immer die Borg und immer die Borg. Was muss ich jetzt machen? Ich weiß nicht. Nach Vega-Gedöns reisen. Achso, das ist hier da. Ähm... Ähm... Na, ich bin immer noch in die verkehrte Richtung unterwegs. Das Problem ist einfach... Ich weiß hier nicht, was meine Richtung ist, in die ich fliege. Äh, andersrum setzt der Aliborski. So, das müsste doch die richtige Richtung sein. Geh mal runter hier. Vega-Gedöns. Vega-Gedöns. Polyx-System. Una-System. Ah, die Flugrichtung muss da noch richtig sein. Vega. Ah. So, jetzt müsste ich ja drauf losfliegen. Ja, drauf zufliegen. Vega. Da haben wir es doch. So, da ist das, wo wir hin müssen. Stopp. Wir sind vor dem Borg. Jetzt kann mein Herz wieder anfangen. Was sind deine Orte, Kapitän? Teverell managed zu bestätigen eine Komlinge mit Willa Post, der Administrator von Vega-Kolony. Oh. 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 All Subspace-Signale in diesem Bereich. Even our Hail to the civilian ships are not getting through. There is a communications satellite nearby. It should boost our signals sufficiently to inform the freighters of the danger and warn the colony. Oh. 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 Oh man. Oh man. Oh. Oh man. Oh man. Oh Gott. Oh 가져atted euch nicht, steht ihr compulsorien. Achso, ich bin da schon am Schießen. Boah, das turnt mich jetzt schon so ab, das Spiel. Das soll das ganze Spiel sein, jetzt ernsthaft? Das ist Star Trek Online? Das ist Star Trek Online. Ein Borgschiff nach dem anderen plattmachen, das ist, was soll das darstellen, was will das sein, Star Trek? Das kann doch nicht das ganze Spiel sein, das ist eine nicht enden wollende Simulation hier. Noch ein paar tausend Borgschiffe. Oh Mann. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel beginnt mir allmählich ganz, 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 ganz schlimm auf die Nerven zu gehen. Okay, dann müssen wir mal versuchen, so eine Drehung hinzukriegen, eben im Raum. Meine verdammte Axt doch mal. Ich hab das. ich hoffe wenn das auf null ist dann geht das nicht kaputt die nächste na gut er meint er muss das zuerst beschießen dann beschießt das zuerst seit ich kann mich auch nicht die hinsetzen hier Verdammt, ich kann das Shit immer noch nicht richtig manövrieren im Raum. Ich bin nicht so schön, ich bin nicht so schön, ich bin nicht so schön. Und kommen jetzt die nächsten 20.000 Borgschiffe angeplästert. Das geht mir wir dich auf die Nerven. Wie viel Zeit noch? Jetzt hat sie auch noch mal einen Timer verabschiedet. Ich weiß nicht, was ihm Spaß macht. Noch mal einschalten. Dann super mal los, super Timer. So, da haben wir es doch wieder. Ach Gott, was ist das hier? Ist das ein Shooter? Was ist denn los? Hier geht es ein bisschen schneller. Ach, ich muss die beschießen, oder wie? Oh man, das ist doch hier. Verdammt, ich weiß nie, wo ich hin mache. Ach so, da muss ich hin. Ist schon korrekt, was ich anscheinend mache. Da ist eine bestimmte Simulation hier. Das kann man nämlich gar nicht schaffen. So eine Kobayashumaru-Simulation oder sowas. Zeit, eine Minute noch. Auf die Schiesicht. So, ich verabschiede mich mal schon mal. Dann kann man pausieren.